Ich bin der Night Industry 2000 mit einer 1000 Megabits Speicherkapazität und einem Computer, der jederzeit abrufbar ist. Diesen Wagen habe ich jetzt seit anderthalb Jahren und habe in diesen anderthalb Jahren wirklich jede freie Minute in das Fahrzeug reingesteckt, mit dem Umbau verbracht und viele Restaurationsarbeiten durchgeführt. Wie er jetzt ist, ist kurz vor unserer Hochzeit gewesen. Das war der Stichtag, wo das Innenleben fertig sein musste. Das war am 20.08. dieses Jahres. Also es war das Highlight des Tages, wirklich. Grundsätzlich vermiete ich das Fahrzeug zum einen für Hochzeitsfahrten, zum anderen aber auch für Events, für Ausstellungen, für Promotion-Zwecke, wo halt das Fahrzeug wirklich hingestellt werden kann, wo Werbung mit betrieben werden kann etc. pp. course. mich kost auf der Rượd-Wil Untertitelung des ZDF, 2020